Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute, wie schon angekündigt im Flohblätter, dem Toggo Spezial Plus von 2007, sehen wir uns ein Mickey Maus Heft an, beziehungsweise drei an der Zahl. Heute fangen wir mit dem ersten an. Und nicht wundern, ich mache das Ganze mit einer Hand, die andere Hand habe ich am Stativ, denn es gibt da ein großes Problem. Und zwar ist es schon fast dunkel und ich habe das Licht an. Ich habe jetzt hier einfach einen Zoom drin, da ist ja noch alles in Ordnung an Auflösung und so. Jetzt mache ich mal eins niedriger, also einmal weiter raus und die Qualität so richtig nah, alles kein Problem. Aber ab 0,9 und weniger, wie das dann aussieht. Und ich muss es ja weiter raussuchen, damit man genug sehen kann. So, wenn ich es jetzt auf einem lasse, muss ich das ja hier irgendwie hinstellen, das Stativ und alles. Und ich habe es versucht und versucht. Ich gucke mal, ob ich das zum nächsten Mal wieder hinkriege. Für das Video habe ich jetzt mal sporadisch eine Hand. Und das wird ja wohl kein Problem sein. Fangen wir an. Also, zur Geschichte. Damals, wo ich gerade so, also ich war in der Schule und da lernt man natürlich lesen. Und da war natürlich eine Zeitung, die ich dabei hatte, natürlich das Mickey Maus Magazin. Kam ja jede Woche raus. Ich weiß gar nicht damals, wann die da rauskamen. Äh, welchen Wochentag, ich habe da keine Ahnung. Gerade, aber das können wir ja bestimmt, vielleicht steht das ja hier sogar drin. Dieses Heft hier ist auf jeden Fall vom 27.10.2008. Und da war ich in der zweiten Klasse, genau. Und da habe ich das Heft natürlich gelesen, ne. Halloween Spezial. Was haben wir hier? Deutschland. 2,30 Euro. Wow. Also, wenn man da mal heute hinguckt. Ich bin ja schlau, ne. Ich weiß das ja. Sind wir ja mittlerweile bei 3,99 Euro angelangt. Und das ist ja heftiger Betrug. Weil du musst mal, wir müssen ja mal wissen. Damals bin ich kostenlos zur Schule gegangen. Hab dafür kein Geld bekommen. Ich hab im Übrigen auch, ja. Mit Taschengeld war auch ein bisschen spärlich. Aber das ist andere Sache. Und heute gehen die Kinder ja auch immer noch kostenlos zur Schule. Die haben ja auch nicht viel mehr Geld als ich damals. Und da müssen die jede Woche, gut, beziehungsweise wenn man es so nimmt. Jetzt kommt ja das Heft, glaube ich, alle zwei Wochen raus. Hab ich mal gesehen im Laden. Hab ich da mal geguckt. Mich mal ein bisschen informiert. Aber trotzdem, 8 Euro im Monat zu bezahlen, wären wir hier. Gut, 8,30 Euro, 60, 90. Okay, über 9 Euro bezahlen wir hier. Weil das ja nicht alle zwei Wochen kommt. Aber trotzdem, für die 3,99 Euro, die wir jetzt bezahlen, kriegen wir sogar Einschränkungen. Das ist ja nicht mal mehr geworden für den Preis. Der lohnt sich ja nicht mal. Weil hier drin haben wir 68 Seiten. In dem Heft heute haben wir nur 52 Seiten zum Beispiel. Wir haben fast nur Comics. Also nicht irgendwie nochmal was extra. Wie zum Beispiel, was wir hier gleich drin sehen. Witze, Tipps und Tricks, Games und sowas. Gibt es alles gar nicht mehr. Gibt nämlich, glaube ich, nur noch Rätsel. Dann gibt es hinten noch die Zeitung. Wie heißt denn das nochmal? Ist das hier? Ne, wie heißt denn der? Entenkurier, glaube ich. Ja. Und wir haben, wie heißt denn das nochmal? Genau, ich glaube, sind die Witze noch da? Gibt es überhaupt noch eine Mausbox oder sowas, was hier drin steht? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall kriegen wir für die 4 Euro ganz bestimmt nicht mehr. Es werden einfach nur die Kosten von Druck und sowas wird einfach teurer. Und die wollen natürlich auch Gewinn machen. Wer wirtschaftlich denkt, ne? Aber trotzdem, ich habe schon viel mitgemacht. Das Heft hat ja, glaube ich, damals, wann war denn das? Als der Euro kam, hat das Heft 1,80 Euro gekostet. Bin ich mir da unsicher. Und ich glaube, dann 1,90 Euro und dann immer 20 Cent mehr. Dann 2,10 Euro irgendwann. 2,30 Euro. Ich habe mich ja informiert, ne? 2,50 Euro. Da war ich auch noch dabei. Irgendwann 2,70 Euro. Da war ich aber dann nicht mehr dabei, oder? Doch, oder? 2,99 Euro. Ich habe mich informiert. Dann 3 Euro. Hat das dann 3,20 Euro gekostet? Oder 3,50 Euro? Mittlerweile seit letztens 3,70 Euro. Aber jetzt meistens 3,99 Euro. Das ist schon schade. Also echt, dass die Kosten von Druck so teuer werden. Das glaube ich nicht. Die wollen einfach auch ein bisschen Gewinn machen. Ja, fangen wir mal an. Jetzt endlich mal mit der ersten Seite. Und zwar das Horrormesser. Da kannst du richtig schön deine Mutter... Guck mal. Ah, Hilfe. Da hat sich ein Messer reingerammt. Sieht ja echt aus, Mann. Gerässliche Kremasse. Noch mehr gruselige Tipps. Nichts für schwache Nerven. Ja, toll. Ja, die Mutter kannst du so wahrscheinlich verarschen. Die glaubt dir das. Ja, hier haben wir die Comics, über die wir nun mal durchblättern werden. Aha, was ist das? Das ist wahrscheinlich... War mal... Dings... Es gab ja immer diese Beilagen. Hier, mach ein Abo oder so. Schließt das ab. Und das ist wahrscheinlich ab. Naja. Gucken wir mal weiter. Wir haben Comics, die wir nur überblättern werden. Aber ihr könnt es euch ja durchlesen. Ich kann ja mal... Immer mal so drüber halten. Und da könnt ihr euch ja mal kostenlos was an... Oder was durchlesen. Sehr gut. Dann müsst ihr euch das Heft nämlich nicht kaufen. Nein, nein. Genau. Hier haben wir so ein paar Comics. Bisschen... Anscheinend so ein bisschen Halloween. Bisschen gruselig. Man kennt's. Hier haben wir die erste Werbung. Tatsächlich. Aber Eigenwerbung. Ein ganzes Jahr Bescherung. 20 Euro beziehungsweise 40 Franken sparen. Ein Abo. Genau. Kannst du dir so einen Hubschrauber holen? Na. Den kriegst du dazu, ne? Ferngesteuerter Hubschrauber. Pico Z Sidewinder. Aha. Mickey Mouse Club. So. Dann geht's weiter. Mit den Comics. Comics. Was gibt's hier? Monsterbacke. Monstermäßig. Stimmt was nicht? Ja, ich hoffe, ich krieg keinen Copyright Strike oder so, weil ich schon von denen Werbung mache. Aber guck doch mal. Die Werbung ist schon 10, 11, 12 Jahre her. Das könnt ihr doch nicht. Was ist das? Echt komisch. Katzenhirn. Kreisstadt Mindelheim. Kreis Unterallgäu. Schräge Schilder haben wir hier. Happy Halloween. Haben die hier einen Kürbis als Basketball? Mir doch Wurst. Meinen Kürbis kriegst du jedenfalls nicht. Blut. Ich rieche Blut. Hier oben. Horror Ei. Was haben wir da noch? Goofies Irre Stories. Ja, krass auf jeden Fall. Alte Zeiten. Was haben wir hier? Maustipps. Was gibt's denn da? Was macht der Kürbis an Halloween? Die Antwort erleuchtet gruselig. Warum? Er soll die Geister erschrecken. Denn die Kelten glauben, dass die Geister des Verstorbenen in der Nacht zum 1. November auf die Erde zurückkommen. Aha. DVD-Tipp. Indiana Jones. Aha. Die Jagd nach Mr. X. Scotland Yard. Ah, das ist schon lange. Ach. Ach, guckt mal. Hier. Wow, die Entdeckerzone. Ihr seht ja, ich habe ja beim letzten Mal so einen Typen gesucht, der da mal wird. Hier ist der Typ. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich gucke gleich mal, ob das da steht. Aber der, der war vor dem anderen Kerl. Wie heißt der andere Kerl? Florian. Heißt der Flo? Oh, der hieß auf jeden Fall so wie ich. Ja. Hier müsste es stehen, ne? Halloween steht an. Zeit für Schrumpfköpfe. Was? Wenn man das und noch viel mehr selber machen kann, zeigen dir Nina und Markus. Aha, Markus heißt der. So steht an der gruseligen Halloween-Party nichts im Weg. Ich weiß gar nicht. War der andere nicht schon da 2008? Bei Wow, die Entdeckerzone? Da war doch der gar nicht mehr dabei. Vielleicht ist das eine Wiederholung. Naja. Skull Duggery Pleasant. Heißt das so? Ja. Das schnelle Kostüm. Du hast total verpennt, dir ein Kostüm für Halloween zuzulegen. Die gruseligste Nacht des Jahres darf aber natürlich auf keinen Fall ohne schauchig schöne Verkleidung stattfinden. Aha. Weiter geht's mit nem Goofy-Comic. Könnt ihr euch da mal so, könnt ihr da mal anhalten und mal durchlesen, wenn die Kamera scharf stellt. Was haben wir hier? Power Rangers. Ach nee, komm. Was ist das? Ach, mach das weg. Das ist irgendwie gar nix. Das ist nicht so für mich interessant. Aber wer es mag, wer es mag, das braucht ein bisschen schnell. Ihr wollt ja auch mal stoppen, ne? Damit ihr lesen könnt. Habt ihr ein bisschen was zu lesen in der Quarantänezeit? Was haben wir hier? Ein bisschen Eigenwerbung fürs Mickey Maus Magazin. Was kommt denn demnächst? Spion Lauschpistole. Ein Fernglas. Aha, ne Lampe. Teil 2. Hier haben wir noch so einen kleinen Comic. Jetzt kann man das lesen. Ich halt das mal hier. So, damit man das schön lesen kann. Weiter geht's. Was haben wir hier? Nochmal ein Comic. Dann lest mal. Ein bisschen mal ein bisschen drüber. Dingsen. Hallo, Herr Nachbar. Ah ja, da war ich auch angemeldet. Mal in der alter Zeit. Und ich weiß nicht, gab es da so einen Hack? Oder hatten alle einfach als Passwort Null? Also, das wird heute nicht mehr gehen. Das wird sowieso keiner machen. Aber ich habe damals einfach einen Namen von den Bewohnern eingegeben. Und als Passwort Null. Und ich bin, äh. Ja, ich bin reingekommen. Ich werde jetzt hoffentlich nicht von der Polizei verfolgt. Ich habe nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich bin ja immer nett, ne? Aber tatsächlich. Als ob die alle als Passwort Null hatten. Ich weiß auch nicht. Ach. Bin wahrscheinlich immer noch. Ich habe gerade zwei Folgen so getestet aufgenommen. Und da bin ich anscheinend immer noch ein bisschen angeschlagen. Von dem Mist. Entenhausen Stadtplan. Willkommen. Hol dir zehn Online-Taler. Orange, grün, gelb, weiß. Da kann man sich anscheinend was holen. Auf www.micky-maus.de. Die Seite gibt es wahrscheinlich noch. Aber irgendwie bestimmt richtig schlecht. Also, ich weiß nicht. Ja, mal Rätsel. Hunde-Halloween. Sudoku. Aha. Gruselige Gestalten. Sehr gut. So ein paar Rätsel, die man machen kann. Interessant. Gewinn. Och, eine Wii. Geile Zeit. Ja, ich hatte diese Wii halt damals nicht gehabt. Weil ich die Wii halt erst später hatte. Ich fand diese Wii sowieso. Und ich finde die andere Wii, die ich habe, sowieso besser. Ich habe eigentlich zwei. Ich habe so eine, habe ich das schon erwähnt? Ich habe eine schwarze Wii. Die ich ja damals hatte. Und habe mir dann nochmal eine weiße Wii geholt. Wo man diese Gamecube-Spiele drauf spielen kann. Nochmal. Nochmal so eine geile und nochmal eine neue. Eigentlich auch ganz nice. Was haben wir hier? Ein Starter-Set. Guinness World Records. Das Videospiel. Playstation 3. Oh, ne. Pro Evolution Soccer 2008. Oder ist das schon 9? Kann man nicht sehen, ne? Ich glaube mal 9. Weil es kam ja dann nochmal das nächste. Glaube ich. 4 starke Comic-Pakete. Ja, ich hätte das Comic-Paket oder die Wii genommen. Auf jeden Fall. Aber da habe ich ja noch bei keinem Gewinnspiel mitgemacht. War ja auch zu jung. Hätte ich meinen Eltern gefragt. Ob die jetzt nicht erlaubt. Die hätten gesagt, ne. Mach nicht mit. Ne. War mal wieder zu schnell. Der nächste Comic. Also echt. Geht ja gar nicht. Ihr wollt ja lesen. So. Könnt ihr so ein bisschen lesen. Nicht zu schnell. Damit sich dann ja keiner beschwert. Na ja. Komm. Da hätte ich was zum Lesen. Oder nicht so schnell. Ich will gucken. Da will der schon das Heft zeigen. Oder nicht mal so ausführlich. Ist wieder ein längerer Comic, ne. Interessant. Ich habe ja auch noch ein paar lustige Taschenbücher da. Aber was soll ich denn dazu. Hier könnte ich was zu sagen. So ein bisschen von früher. Aber angucken. Das wird nichts. Ohne. Ich sehe gerade was Interessantes. Ich sehe was Interessantes. Das ist schon wieder eher meine Ecke. Der erste echte Handy Tarif. Nur für dich. Hatten wir das nicht schon mal genau. Aber diesmal haben wir ein Sony Ericsson. Was nicht klappbar ist. Also wirklich so ein offenes Handy. Wow. Richtig nice. Keine Klapphandys mehr. Was haben wir hier? Kim Possible ist das doch. Typisch Andy und Drachenjäger. Ja. Hatten wir auch schon. Wenn ich mich nicht irre. Und dann noch so ein Typ. Der richtig Spaß hatte. Bei so einer Arbeit. Guckt mal. Ich darf ein geiles Handy in die Hand halten. Aber wenn der Dreh vorbei ist. Das ist dann nicht mehr meins. Das ist nur ausgeliehen. Ja. Schade. Ja. Togo Mobile. Was steht denn da? Sony Ericsson Walkman Handy W200. Mit Digitalkamera und MP3 Player. Wow. Also echt was. Wow. Ach. Geil. Was? Ein Handy Tarif. So sicher. Dass deine Eltern nicht nein sagen können. Oh. Ich glaube schon. Ich habe da damals. Habe ich nie gefragt. Aber ich kann mir vorstellen. Dass da nicht so ein schnelles Ja kommt. Oh. Und es ist tatsächlich Pro Evolution Soccer 2009. Wir sind hier bei den Games. Wir haben die Guinness World Records. Das Videospiel. Das was man eben gewonnen. Gewinnen konnte. Damals. Wir haben Monster Lab. Für die Playstation. Auch zwei damals noch. Für die Wii. Und für den DS. Was waren denn hier damals die Preise? 39 Euro. Und für die Wii 49. Ja das geht gut rein. 3DS kostet heute auch noch 40. Oder hat 40 gekostet. Gibt ja jetzt. Keine neuen mehr. Aber am Laden stehen sie noch. Was haben wir hier? Preis ab 45 Euro. Krass. Kostet die heute auch 60 Euro. Aber gut. Da ist die. Ich sag mal so. Die Grafik ist besser geworden. Und so ein paar andere Sachen. Je nachdem. Was haben wir noch? Auch 39 Euro für die Wii. Für den DS. Ca. 29. Krass. Witze, Tipps und Tricks. Ja das gibt es ja heute noch. Das ist noch was. Was ist noch. Ist noch da. Ich glaube aktuell ist glaube ich noch da. Aber viel nicht. Wie gesagt. Was haben wir denn da alles? Streiche der Woche. Flaschengeist. Wie du ihn zum Spritzen bringst. Verraten wir hier. Das kann man auch falsch verstehen. Das ist ein Geist in der Flasche. Schau mal ob er rauskommt. Wenn du reinpustest. What? Du musstest da die billige Hundepfeife im Internet kaufen. Da steht nicht mal ein A. Du musstest A. Die billige Hundepfeife im Internet kaufen. Ja. So und das. Ah hier diese freche Frage. Was ist denn da. Was ist der grausigste Moment in einem Horrorfilm? Wenn einer stirbt. Nicht? Wenn das Popcorn alle ist. Ja toll. Ja. Wenn ich nichts mehr zu essen habe. Das ist schon. Muss ich mir Nachschub holen. Was haben wir hier? Jetzt erst recht Dirk. Ach nee. Sport. Ach komm. Sport macht das weg. Ey. Sport. Das ist ja überhaupt nicht. Wenn es kein Schach ist. Dann tut es mir leid. Dirk. Ne. Wir hatten mal in unserer. Das war damals bei der Sporthalle glaube ich. in Sport. Da hat man so ein Bild von dem Kern glaube ich hängen. Wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall von dem Basketballspieler. Es kann sein, dass das der Typ war. Ja. Ist wieder ein Comic. Was bisher geschah. Oh ist das Teil 2? Oh es tut mir jetzt leid. Schade. Aber ich hätte das Heft glaube ich gar nicht mal da. Die Nummer. Die Nummer. Da muss ich dann. Ach werdet ihr am Titel. Dann sehen wir welche Nummer das ist. So jetzt nochmal Comic. Und da drüben sehe ich. Halbe Seite Eigenwerbung. Ich mach das mal ein bisschen näher. Nochmal. So. Dann könnt ihr lesen. Klick dich rein. www.mikimaus.de Coole Games. Tagesgewinne. Freunde finden. Ach ja. Die Zeiten damals. Sagte ja immer jeder so. Oh. Früher war alles besser. Ne. Also bei Mickey Maus Zeitschriften kann ich das schon sagen. Weil wenn man überhaupt Mickey Maus Zeitschrift sagen kann. Mal ein kurzer Stopp. Das müsste ja heutzutage schon heißen. Donald Duck Magazin. Ich meine. Donald Duck ist selbst hier drüben. Wo Mickey Maus immer war. Meistens sind ja nur auf dem Cover die Enden. Also ich hab. Wann war mal wieder Mickey Maus drauf. Ich weiß es gar nicht. Ich hab da. Gut. Ich hab lange nicht geguckt. Ich kauf das ja auch selber nicht mehr. Aber. Mach das raus. Also echt. Muss immer stehen geblieben. Ach ja. Hier. Avatar. Aha. Der Herr der Elemente. Naja. Ne. Ne. Das ist nichts. Das. Das ist nichts für mich. Sowas interessiert mich nicht. Was geht denn da bei dem Comic ab? Ey. Habe ich da irgendeine Seite verpasst? Ne. Wir sind tatsächlich da. Okay. Ja. Ja. Was war denn das jetzt? Was war denn das schon wieder? Ich will doch ein Video aufnehmen. Wo bin ich denn jetzt stehen geblieben? Ah ja. Wir fangen einfach nochmal hier oben an. So. Alles nochmal fein zeigen. Sehr schön. Lecker Blut. Ja. Ich wurde gerade wieder gestört. Ja. Ich könnte das hier rausschneiden. Aber. Und die Zeit hätte ich ja auch. Was haben wir hier? Gruselfest Halloween. Schaurige Geschichten. Erzählen von der ungewöhnlichen Ernährungsweise der Vampire. Sie trinken Blut. Alles Fantasie. Doch was ist wirklich dran in unserem Lebenssaft? Drin. Nicht dran. Blutgruppen. Ja. Ich habe die Blutgruppe Nutella. Nein. Blutrot. Interessant. Hier ist die Mausbox. Auch ganz geil. Mit so ein paar Bildern. Das haben wir hier unten. Frage der Woche. Fast jeder hat ein Handy. Ist das cool oder nervig? Ah. Was steht denn da? Ich finde es cool. Da kann man seine Freunde anrufen, wenn sie unterwegs sind. Ach ja. Ich finde es teilweise ziemlich nervig. Es kann aber auch cool sein. Die meisten haben es nur um anzugeben. Manche brauchen es auch um die Eltern etc. anzurufen. Ja. Um anzugeben. Guck mal. Guck mal. Ich habe einen Sony Eriksen. Geil. Süße. Beste. Gab es da? Ne. Ne. Aber das erste iPhone. Das war schon draußen. Aber das Galaxy S. Das erste. War noch nicht da. Eigentlich ist es voll cool. Aber wenn man dann. Was? Wenn es dann bei allen immer klingelt. Piepst. Und komische Musik kommt. Ist es total nervig. Eigentlich beides. Man kann es mal. Kann es nerven. Wenn es genau im Unterricht klingelt. Aber auch total cool sein. Und Leben retten. Falls sich mal jemand verletzt. Das ist jetzt die Frage. Konnte man damals schon. Lautlos stellen. Also das ist doch möglich. Dann stört das auch nicht im Unterricht. Also echt. Ich finde man braucht ein Handy zum Telefonieren. Und nicht um irgendeinen Schnickschnack damit zu machen. Naja. Damals konnte es da auch nicht krass viel machen. Nervig. Weil man sich kaum noch unterhalten kann. Ohne dass gleich ein Handy klingelt. Und weil es viele Leute gibt. Die sogar mit Freunden telefonieren. Wenn sie diese gleich treffen. Naja. Okay. Muss man verstehen. Lieblingslese Ecke. Ich schicke euch hier ein Foto von mir in meiner Lieblingslese Ecke. Hier setze ich mich immer sofort rein. Wenn ich das neue Heft gekauft habe. Hier ist es am gemütlichsten und am schnellsten erreichbar. Damit ich keine Zeit vergeude. Bis ich das Heft lesen kann. Muss schnell gehen. Muss schnell gehen. Witze und mehr. Pappala Papp. Angst im Dunkeln. Ich. Ja. Was haben wir denn hier? Witz der Woche. Na dann schauen wir mal. Oma ist zum ersten Mal im Fußballstadion. Warum rennen die denn alle hinter dem Ball her? Will sie von ihrem Enkel wissen. Na der der die meisten Tore schießt gewinnt. Und die anderen? Die verlieren dann natürlich. Und warum rennen die dann auch? Ja gut. Klassiker. Dann nehmen wir den noch. Ist ihr Hund wachsam? Und wie? Stellen sie sich vor. Er bellt sogar wenn ich nur von einem Einbrecher träume. Ja gut. Witzig. Hier haben wir noch den Rätselcomic. Interessant. Und als nächstes. Das haben wir ja eben schon gesehen. Die Spionlauscherpistole. Ne Spionlauschpistole. Kann ich noch lesen. Interessant. Und da hinten natürlich noch. Für alle anderen. Den es zu langweilig ist. Nochmal. Donalds Irrejobs. Interessant. Ja. Nettes Heft. Das vergleichen wir dann auch. Ich habe noch ein Heft von 2010 und von 2012. Und da gucken wir mal. Was natürlich am besten war. Und was natürlich die geilste Zeit war. Also Spoiler Alarm. Das ist schon mal eine geile Zeit. Damals gewesen. Aber mal sehen. Wir sehen einfach mal weiter. Und da würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Und tschau. Ach ja. Und die nächsten Hefte nehme ich dann natürlich wieder auf. Wenn es hell ist. Damit ich das auch hinstellen kann. Das Stativ. Ne. Yep. Mm. Vielen Dank.